Kinder lieben die Geschichten von Kasperle und seinen Freunden. Was bei den Geschichten natürlich nicht fehlen darf, ist das böse Grapodil. Die Handpuppe ist sehr liebevoll gestaltet. Sie besteht aus sehr weichen Materialien, ist also angenehm zu tragen. Es wurde sehr viel Liebe ins Detail gelegt, also wie zum Beispiel hier die Zähne oder auch oben die Zacken sind noch in verschiedenen Farben. Die Farben sind allgemein sehr knallig und farbenfroh und das Grapodil hat auch eine ausreichend große Öffnung, sodass auch große Hände darin Platz finden und mit dem Grapodil eine tolle Geschichte erzählen können.